Kühle und feuchte Luft bestimmt weiterhin das Wetter in weiten Teilen Nord- und Westeuropas. Auch in Mitteleuropa ist es mit Höchstwerten um 15 Grad schon herbstlich kühl. Am westlichen Mittelmeer gehen die Temperaturen ebenfalls zurück. Nur in Südspanien und in Süditalien werden noch örtlich 30 Grad erreicht. Sonnig und heiß ist es dagegen noch am östlichen Mittelmeer. Am Samstag zeigt sich das Wetter weiterhin wechselhaft. Dabei gehen im Tageslauf wieder einige Schauer nieder, vereinzelt entladen sich auch Gewitter. Im Osten und Nordosten bleibt es weitgehend trocken. Im Süden und Osten Bayerns regnet es immer wieder aus dichten Wolken. 13 bis 19 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt aus Süd bis Südwest. Der Sonntag bringt dem Osten Bayerns zunächst noch dichte Regenwolken. Sonst wechseln sich Sonne und zahlreiche Wolken ab und gebietsweise gibt es Schauer. Örtlich sind auch kurze Gewitter dabei. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 11 und 19 Grad. Der Wind weht meistens schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Mehr Informationen zum Wetter finden Sie unter www.wetterkontor.de oder bei Facebook und Twitter unter Wetterkontor. Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende.